Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Lovic und heute gibt es meine Top 5 Business YouTuber in Deutschland. Gestern habe ich euch meine Top 5 Business YouTuber international vorgestellt, also für alle die sich dafür interessieren, dann schaut euch das Video von gestern an. Ansonsten geht es heute um die Top 5 Business YouTuber in Deutschland. Wollen wir nicht lange drum herum reden und fangen gleich mit dem eigentlichen Thema des Videos an. Los geht's! Der erste YouTuber, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Kanal Finanzfluss. Finanzfluss, also der Kanal, der von Thomas geführt wird, erklärt, wie der Name schon sagt, alles rund um das Thema Finanzen. Wie man Geld spart, wie man Geld anlegt, aber auch, wie man Schulden tilgen kann. Also für alle, die nicht wissen, wie sie ihre Finanzen anlegen sollen, wie sie ihre Schulden tilgen sollen, wie man am besten spart, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Geld anlegen kann, sparen. Und Thomas von Finanzfluss erklärt das wirklich alles von der Pike auf. Also von kompletten Basiswissen für Anfänger bis hin zu sehr fundiertem Expertenwissen sind da wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum von Videos verfügbar. Also für alle, die Tipps im Bereich Finanzen brauchen, meine Empfehlung und Platz Nummer 5. Mein Platz Nummer 4 geht an Hendrik von dem Unternehmerkanal. Dieser Kanal ist echt der absolute Hammer. Hendrik macht das Ganze super gut auf seinem YouTube-Kanal. Er macht es super transparent, was er macht, wie er was macht. Er plant das Ganze super detailliert, lässt euch an seinen Prozessen teilhaben. Er hat jetzt zum Beispiel einen Waschsalon geöffnet. Er dokumentiert jeden Teil davon, wie er das Ganze mietet, wie er das Ganze aufbaut. Und wenn das Ganze dann läuft, wie die Finanzen dann aussehen. Wirklich ein super Kanal für alle Unternehmer in Deutschland da draußen, die sich einfach für dieses ganze Thema Unternehmertum interessieren. Deswegen heißt der Kanal wahrscheinlich auch Unternehmerkanal, weil es wirklich komplett ein breites Spektrum gibt an Videos zu unternehmerischen Tätigkeiten. Also wirklich ein Top-Kanal für alle Unternehmer da draußen. Mein Platz Nummer 4. Mein Platz Nummer 3 geht an den Kanal Aktien mit Kopf. Aktien mit Kopf ist wirklich, wie der Name schon sagt, ein super Kanal rund um das Thema Aktien. Wie du intelligent Aktien kaufen kannst, wie du dein Geld intelligent anlegst, wie du relativ schnell reich wirst dadurch und wie du die finanzielle Freiheit durch Aktien erreichen kannst. Er selber ist schon sehr, sehr erfolgreich, lebt zur Zeit in Mallorca, hat es wirklich geschafft. Und zeig dir in zwei Videos die Woche, wie du es auch schaffen kannst. Also für alle, die Hilfe im Bereich Aktien brauchen, die jetzt Geld gespart haben, die jetzt Geld zurückgelegt haben und das jetzt gerne investieren wollen, dann ist das der perfekte Kanal für dich. Mein Platz Nummer 2 ist ein kleiner Geheimtipp namens Homo Ökonomicus. Dieser Kanal ist wirklich der absolute Hammer. Er ist vielleicht kein Editing-Genie, wie man anhand des Titelbilds schon sehen kann oder anhand der Thumbnails, aber darum geht es auch gar nicht. Homo Ökonomicus ist ein Kanal, der seinen kompletten Weg auf der finanziellen Freiheit beschreibt. Also wie er von ein paar tausend Euro im Monat bis jetzt schon zehntausende Euro im Monat gestiegen ist, wie er das Ganze gemacht hat und er lässt euch teilhaben, sodass du oder ihr es auch alle schaffen könnt. Er ist auf YouTube groß geworden mit dem T-Shirt-Business. Das Ganze habe ich auf meinem Kanal auch schon thematisiert und ich muss ehrlich zugestehen, dass ich die ganze Idee nur von ihm hatte, das Ganze nach seinem Vorbild umgesetzt habe und selbst eigene Erfolge erzielen konnte. Er hat allerdings nicht nur Videos rund um das Thema T-Shirt-Business, sondern auch über seinen Lifestyle, wie er minimalistisch lebt von relativ wenig Geld im Monat, wie er Aktien anlegt. Also wirklich ein Rundum-Unternehmerkanal, aber für alle, die sich speziell für das Thema T-Shirt-Business interessieren, ist dieser Kanal definitiv eine Empfehlung wert. Und mein Platz Nummer 1 geht an den unangefochtenen Kommunikations- und Charisma-Youtuber Benedikt Held von der Redefabrik. Sein Kanal ist der absolute Hammer. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, vor circa einem Jahr, war ich absolut beeindruckt, wie er es mit seinem jungen Alter schafft, die YouTuber so gut an seine Videos zu binden, wie er das Ganze so charismatisch rüberbringt. Und die Inhalte sind einfach nur top. Also für alle, die sich rund um das Thema Kommunikation, Charisma, wie man richtig redet, wie man andere überzeugt, wie man selbstbewusster wird, wie man seine Ängste verliert. Alles rund um das Thema Kommunikation, wie ihr kommunikativen Erfolg haben könnt, wie ihr in Businessgesprächen, wie ihr Verhandlungsgespräche, wie ihr Verkaufsgespräche optimieren könnt, wie ihr da besser werdet. Ist dieser Kanal wirklich meine Top Nummer 1? Also schaut bei Benedikt Held vorbei, lasst ein Abo da und das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr auf einem, zwei oder wirklich allen dieser Kanäle mal vorbeischaut, euch ein, zwei Videos anguckt und dann entscheidet, ob ihr ein Abo da lassen wollt. Das war es mit meinem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut euch gerne noch das Video von gestern an, die Top 5 internationalen besten Business-Youtuber meines Wissens nach. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar da, damit ich weiß, was ich bis zum nächsten Mal verbessern kann. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein!